So, liebe Leute, ich muss gegen Nauti ran in der Top-Lane. Ähm, ja, fang ich mit dem Dorans an oder fang ich mit, ähm, dem Long-Sword an? Ne, Dorans ist einfach besser. Gerade auch gegen Nauti, der am Anfang diese krassen Base-Stats hat. Nenny, Kha'Zix, Jhin, die haben schon ein starkes Team. Mal eben kurz mein Fenster öffnen. So. Dann schauen wir uns das mal an. Ward. Was da? Wer soll was warden? Master Yi Ward. Die werden das schon nicht Counter-Jungle. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin auch gespannt, wie das mit dem Chassadin funktioniert. Schöne Skin von Nautilus. Schöne Skin von Nautilus. Genau das hätte ich verhindern müssen. Aber da hat er was Schiss gehabt, ne? Ja. Schöne Skin von Nautilus. Schöne Skin. Ich bin ganz genau, wie ich jetzt hier ja äh。 Schöne und die ist nicht nur, wie ich jetzt in die Mitte. Schöne. Dafür musste ich nicht mehr flashen. Hm. Ja, kommt auf Geschissen. Das kann ich auch den TP benutzen. Wenn es sich Kids in der Mitte trägt, dann kann ich lieber einen Pinzieren. Und dann kann ich den andere. Als nächstes Mal das Guido creierst du in dem ersten Teil. Ich bin gespannt, dass ich den Kanal wieder vertreten. Und dann wirdschnittlich breakdowns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Miss, da habe ich es ein bisschen übertrieben, glaube ich... Oh ah. Das war's. Das war aber knapp. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Das war's.